...wild aus. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Foul war es. Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, hätte er einen Zweistoß geben müssen, weil Erdmann einfach mal kurz die Gräte da reingehalten hat in den Lauf von Marco Reus. Aber der hat richtig Schmerzen. Er scheint den Fuß nicht wirklich belasten zu können. Also er sieht nicht danach aus, dass er hier sauber auftreten kann. Mit einer komplizierten Fußverletzung hat er ja die...